Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers, hier der Olli für euch am Start mit einer neuen Folge Let's Play Super Metroid. Freunde, das Spiel war letzte Runde, ziemlich gemein zum Olli. Da ist der Olli schon so genial und wirft hier aus Versehen ne Powerbombe hin und sieht, dass es hier doch weiter geht. Nimmt hier Anlauf, weiß, dass man hier mit diesem scheiß Sprung hoch muss, ist kurz vor ein Item und das Spiel wirft mich wieder runter. Und ich habe leider so wenig Energie, dass ich es nicht nochmal machen kann. Das habe ich jetzt rausgefunden, dass es Energie zieht und ab einem gewissen Energielevel kann ich es nicht mehr machen. So, das kann ich nämlich auch wieder hier hoch, genau, zack. Und jetzt pass auf, wo war das jetzt? Das muss ich erstmal scannen. Da geht's runter. So, das heißt hier muss ich rüber springen. Dankeschön, danke. Das war der ganze Aufwand auch. Und hab ein Reserved-Tank dafür gekriegt. Immerhin. Also das war jetzt ein Item in Item in Item. Versteck. Nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Geniales Versteck, aber halt dein Maul, hab mich das jetzt aufgeregt. Weil ich musste jetzt den ganzen scheiß Weg nochmal gehen. Ja, also mit durch die Schusustat, mich hierher schleppen lassen und so weiter. Den ganzen Kackweg nochmal. Also einfach deswegen, weil es ja keine Möglichkeit gibt, sich aufzuladen, ohne rauszugehen. Das fand ich ein bisschen... Okay, wobei, ich hätte mich wahrscheinlich wieder nachhoch tragen. Nee, wär nicht gegangen. Hab's grad geguckt. So, Freunde. Wir haben aber den Gravity-Suit bekommen. Und deswegen bin ich dann doch ein bisschen froh. Ne? Oh, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Genau. Ich hab's grad nochmal nachgezählt. Ich wollte immer ungefähr acht Parts machen. Ich bin jetzt beim achten Part in meiner Session. Das wird jetzt auch mein letzter Part dieser Session sein. Auch weil's auch bei mir gerade ein bisschen spät geworden ist. Ich denke, ich jetzt auch in die Hire möchte. Aber seht euch das an, Freunde. Wie toll wir uns durch das Wasser bewegen können. Und jetzt kann ich wirklich sagen, Meridia, wir kommen. Meridia wird jetzt heute zum ersten Mal wirklich betreten. Hier kann ich jetzt auch durch. Hier kann ich mit dem Morph-Bombe durch. Hab ich jetzt alles schon gemacht. So super. Also ich hab bestimmt schon eine Stunde im Off gespielt insgesamt. Aber naja, Leute. Das ist Metroid. Und ich finde, man sollte es auch, wenn man es zum ersten Mal spielt, gerade in Portionen genießen. Ja, also deswegen war ich auf Let's Plays. Zwingt mich meistens auch ein bisschen dazu, eine Pause zu machen. Zwar auch am Drücker zu bleiben. Nicht immer nur eine Stunde zu spielen oder so. Sondern zwar schon ein paar Stündchen. Aber halt nicht so lange, dass ich sage, wow, ey, hängt mir das jetzt zum Hals raus. Wenn ich das jetzt Livestream würde, würde ich sagen, oh, ist das anstrengend. Aber tue ich ja nicht. Ich Let's Plays. Weil ich auch Livestream gar nicht kann. Was man eigentlich auch mal erinnern sollte, oder? Mal bei Kabeldeutsch mal anrufen, ob das vielleicht nicht doch geht. Mit der 50K-Leitung. Wäre doch was, oder? Ja, schön, dass ich hier in alles reinlaufe, was geht. So, Meridia, wie komme ich zu dir am besten? Also, ich glaube, wenn ich zuerst nach Brinster gehe, bin ich schon mal gar nicht falsch. Ich weiß nur nicht, ob es der kürzeste Weg ist. So, hier kann ich gleich runterrennen. Genau. Hier sind wieder ein paar Piraten. Also, ich bleibe jetzt bei dem Entschluss, es ist ein Schusufrack gewesen. Weil einfach auch ein paar Wesen vom Planeten SR388 da gesichtet wurden. Auch die, auch ich meine, in irgendeinem Teil gab es schon solche, ähm... Hoppla, falsch. Ähm, gab es schon solche kleinen Druiden, die sich dann plötzlich aktiviert haben und so weiter. Und es sah mir einfach nicht nach Piraten aus. Warum soll da nichts sein außer Phantom? Und warum waren da überhaupt Geister da? Ich meine, dieser komische Gould, der uns die ganze Zeit gefolgt ist. Was war das? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke, gerade Benni kennt sich da besser aus als ich. Okay, sehr viel schlechter aus, als ich in dem Spiel auskennen. Kann man sich auch nicht, wenn ich zum ersten Mal spiele. Oder eigentlich zum ersten Mal, muss man ja sagen, ne? So, wir beruhigen uns wieder, Freunde. Wir beruhigen unsere Gemüter. Denn wir sind wieder im Brinster. In der Anfangswelt. Die Kindergartenwelt. Und hier habe ich gleich mal eine Speicherstation, wo ich auch gleich mal abspeichern werde. Weil es mir jetzt doch irgendwie noch ein Mist passiert. Was ich jetzt aber gerade brauche, kleiner Schnitt. Ich muss mir ganz kurz zertricken wollen. Was muss das sein? Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. So. So. So, wieder da. Ähm, ja. Kleines Red Bull. Kurz vorm Schlafen gehen. Beste, Leute. Beste. Aber ich muss sagen, ich gegen Energy bin ich inzwischen wirklich schon ein bisschen resistent. Es ist für mich wie ein Limor. Ich pumpe das runter. Und ich kann danach immer noch seelenruhig schlafen. Ich bin so ein sehr, sehr, kann man sagen, konzentrierter Schläfer. Ah, guck mal hier. Hier war ich auch noch nicht. Sehen wir uns doch gleich nochmal hier. Um, wenn ich hier noch nicht war... Oh, da war eine graue Tür. Okay. Dann machen wir doch nochmal ganz kleinen Umschwung hier hin. Do the Oli? Fragezeichen. Hier kann ich auch weiter. Okay. Na, wohin? Instinktiv nach links natürlich. Alte Metroid-Regel. Ah, nein. Nicht hier wieder. Nervigen Kackviecher. So. Hier ist doch irgendwas, oder? Ein Fleck. Nee, 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 nee. Ich hab das gerade auch instinktiv... Bin ich noch kurz gesprungen. Wie geil war das denn? Ich dachte mir doch, das ist zu einfach. Hier ist irgendwas. Ich bin gerade wirklich instinktiv noch gesprungen. Aber ich dachte, jetzt kommt gleich irgendwas. Bin ich geil. Und noch eine Powerbombe. Der Exkurs hat sich gelohnt, Freunde. Das hat sich mal richtig gelohnt. Geil. So, dann gucken wir hier noch weiter. Geht's hier noch weiter mit Exkurs? Nö. Jetzt möchte ich aber auch gerne nicht hier reinfallen. Wo war das denn jetzt? Hier. Okay. Das hat ja wunderbar geklappt. Aber ich will doch da... Ich hasse mein Leben manchmal. Spring ich's hier durch. Ist mir egal. Alter, was ist denn das jetzt hier für ein Mist hier? Scheiß sicher. Scheiß sicher. Was? Was? Ah, ihr bringt mir jetzt den Wandsprung bei, den ich immer noch nicht kann, meinst du? Jawohl. Also muss ich ihn jetzt doch lernen. Warte mal, das kann nicht so schwer sein. Ey, ohne Scheiß. Das ist nicht so schwer. Ohne Scheiß, Freunde. Dieser Wandsprung geht mir echt auf den Sack. Ich raff ihn nicht. Ich muss gedreht springen, gedrückt halten, die Sprung-Taste, mich wenden und dann wieder springen. Aber irgendwie, manchmal will's einfach nicht. Es will manchmal einfach nicht. Und wenn's dann klappt, dann will ich's so rasch, dass es geklappt hat. Ich möchte mich auf. Ohne hizo nie. Ohne ist es gesinkt? Ne, Freunde, tut mir leid, ich schraub's nicht. Jetzt dreh dich doch bitte. Ich versteh nicht, was ich falsch mache, das ist mein Problem, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es will manchmal einfach nicht. Wenn das jeder kleine Spaß schafft. Ne, nein, nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Ich fühl mich so dermaßen verarscht gerade. Kleine Sprünge machen. Ich hab den Fehler gefunden. Es lag wieder am D-Pad bei mir. Ja, es lag am D-Pad. Kinderleicht. Nur hier bleib ich jetzt hängen. Warte mal. Kinderleicht. Ich hab's rausgefunden. Jetzt hab ich wieder mit Joystick gemacht, aber wozu hab ich nach oben rechts gedrückt. das war nix. Oh Mann. Komm. Samos, komm. Wir schaffen Fünfjährige. Wir springen doch mal, Alter. Oh, danke. Ich werd's zwar immer noch nicht so schaffen wie gewollt, aber was soll's. Warte mal, ich geh jetzt erstmal hier unten hin. Oh, ey, ohne Scheiß. Was ist jetzt hier wieder los? Jetzt bin ich wieder hier. Aber gut, dann geh ich nochmal kurz zurück. Wenn's doch geht. Ne, natürlich nicht. Ne, natürlich nicht. Natürlich war's hier dann. Oh Mann, ey. Haha. Gut, dann eben der ganze Scheiß nochmal. Metroid, du geiles Spiel. Also ich... Es wird langsam happiger. Muss man wirklich an der Stelle sagen, es wird langsam happiger. So. Jetzt, Moment. Lass ich mich hier runterfallen wieder? Genau. Woaaah. Alter. Wundsohn. Kleine Sprünge, kleine Sprünge, Samus. Kleine Sprünge. Alter, es ist doch in Ordnung jetzt. Ey, musst du denn diese Invisible-Zeit einfach nur eine Midisekunde gehen? Ja, genau. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Danke. Okay, jetzt reicht's. Ja. Ohne Scheiß. Gehen wir nicht auf den Zeiger. Ach, je, je, je. Ich seh schon, die Session geht nochmal. Warte mal, so, die Pad benutzen. Nicht den Joystick, sondern das Steuerkreuz benutzen. Gut, wir fangen immer von links an. Gut, jetzt fehlt sie wieder nicht. Warum willst du jetzt wieder nicht? Warum willst du den jetzt wieder nicht? Also Xbox One Controller, ganz ehrlich. Die machen es so einfach vor, diese drei kleinen Wichser. Nö. Er will wieder nicht. Ich mach nichts anders. Ich mach bei keinem Sprung was anders. Ich mach genau das. Oh, Freunde, ey. Ohne Scheiß. Entschuldigung. Aber, ey. Es geht mir so auf den Sack. Warum ist das so schwer? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist darin so schwer? Mein Gott. Ich mach nichts anders. Was? Ich mach die ganze Zeit das Gleiche. Sie macht es manchmal einfach nicht. Entschuldigung. 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 Wirklich. Aber jetzt kriege ich gerade nicht einen Koller. Ich mach nichts anders. Ich springe ran, drücke nach rechts und springe. Zack. 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 Aber sie macht es einfach nicht. Sie bleibt hängen. Ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Ey, Samus, du kannst mich mal. Ohne Scheiß. Fick dich, du kleine Scheißding. Moment mal ganz kurz. Es ist schon zu spät, Freunde. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich werde einfach diesen Part Meridia dann im nächsten Part machen. Aber, äh, das geht mir jetzt gerade richtig auf den Piss hier. Jetzt hat es wieder geklappt. Jetzt wird er nicht. Jo, jetzt hab ich's verkackt. Okay. Das war meine Schuld. Das hab ich's die ganze Zeit gemacht. So, wie komm ich jetzt da rein? Nur, wie komm ich jetzt da rein? Ist da dumm? Das war meine Schuld. Nee, ganz ehrlich. Ich hab das genau so, hab ich's die ganze Zeit gemacht. Moment, das geht so. Das geht so. Das war nix. Das war meine Schuld. Das war wieder meine Schuld. Das geht, das geht. Warum, warum, warum soll das denn so ein Star sein, wenn's nicht gehend? Hm. Cooler Trick. Na, da nicht. Dreh dich. Nee, ich verstehe nicht, wie ich da in diesen Schacht komme. Und ich glaube auch nicht, dass das fürs Weiterkommen essentiell ist. Ohne Scheiß. Scheiße. Aber ihr seht's, ich hab's raus, ich hab's raus. Ich sag einfach nur deswegen, weil ich den Joystick benutzt hab. Krass ist Scheiße. Ja. Boom Baby. Ich sag dazu einfach gar nichts. Das ist echt. Es lag wirklich nur an... Es ist gar nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Da reinzukommen war ein bisschen okay, muss man drauf kommen. Bisschen Feingefühl braucht man schon, aber... Also, es lag wirklich nur daran, dass ich den Joystick benutzt hab. Weil die dann praktisch während dem Sprung nach oben links geschaut hat und so Zeug. Also... So, was ist das eigentlich hier? Nö. Da geht's doch noch weiter runter. Gut, also Meridia wird diesen Part auf jeden Fall nichts mehr, Freunde. Da hab ich schon viel zu viel Zeug hier gemacht. Aber... Ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich die... 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 Prinz da... Abschließen kann. Hm. Gut, dann geht's hier runter. Hier links bin ich noch gar nicht gewesen. Ich schlau Kopf. Ah. Eine Speicherstation. Hallo. So. Aber... Ich möchte jetzt... Ehrlich gesagt wirklich noch schauen... Ob ich hier noch weiter komme. Ob ich hier noch vor allem weiter nach unten komme. Es dauert aber noch, bis es... Sinn machen würde, dass ich nach unten kann. So. Die... Ihr kriegt mich diesmal nicht. Ich finde euch so geil, ey. Ich finde euch so unheimlich geil hier. Das sind wie kleine Metroids. Richtig kleine, scheißhässigen, saugenden Hurensöhne. Ohne Scheiß. So. Jetzt kommen die kleinen Penner wieder. Geht's hier irgendwo lang? Ne, die geht's nicht nach unten. Das kann sein, dass einer der Rohre nach unten führt. Warte mal. Falle ich hier runter? Okay. Gut, Freunde. Also ihr seid jetzt... Euch steht es jetzt frei zu spoilern. Ich weiß nicht, wie ich in diese untere Etappe komme. Ich werde jetzt auch meine Session beenden. Ihr dürft gerne fleißig kommentieren. Ich werde jetzt erstmal ein Päuschen machen. Dieses Spiel geht mir grad ein bisschen auf den Sack. Weil es einfach... Ich weiß nicht. Es ärgert einen, finde ich. Es spoilert zwar, dass jetzt was kommt. Aber ich sag dir nicht wie. Und dann ist es wirklich teilweise so mega pissig versteckt. Also... Da ist das Spiel wirklich Feldmeister. Es gab es in jedem Spiel, in Metroid, was ich bis jetzt gespielt habe, gab es so... Zwei, drei Stellen. Wo ich dachte, wow. Da wäre ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Aber... Da... Sind gemeine Sachen dabei. Ohne Scheiß. Man hat das Item dahinter. Hinter der Shuzu-Statue ist grad noch eins. Und dahinter kommt noch eins. Und bevor du das erreichst, fällst du erst nochmal runter. Und darfst du es nochmal machen und... Oh. Echt. Naja. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao, ciao.